Zur Entwicklung bei den Corona-Infektionen in der Lausitz ist folgender Stand zu verzeichnen. Im Landkreis Bautzen sind zwei weitere Infektionen gegenüber Freitag gemeldet worden. Damit sind insgesamt 496 Erkrankungsfälle erfasst. 440 sind bereits wieder genesen. Im Landkreis Bautzen sind damit derzeitig 47 Personen nachweislich an Covid-19 erkrankt. Im Landkreis Görlitz wurde kein neuer Fall gemeldet. 245 Personen sind bereits wieder gesund. Im Kreis Oberspriewald-Lausitz ist kein neuer Fall bekannt geworden. Alle Erkrankten im Spree-Neiße-Kreis sind wieder genesen.